Leute, ich habe News für euch. Ab sofort gibt es die Ausbildung zum Pferdegestützten MindMirror Coach mit mir, auch in Ägypten. Ein ganz besonderes Ambiente, ein ganz tolles Flair, eine ganz tolle Energie und wir arbeiten dort mit Pferden auf einer Anlage, die alle gerettet worden sind. Das heißt, jedes Pferd hat seine eigene Lebensgeschichte, so wie du, wie wir alle auch haben. Und wenn du dabei sein willst, wenn du Dinge erleben willst, die du so noch nie erlebt hast, dann lade ich dich ein, komm mit mir nach Ägypten. Und lass uns da wirklich vier ganz wunderbare Tage miteinander erleben und einfach, vielleicht ist das Gefühl für dich, einfach mal komplett raus zu sein aus deinem gewohnten Umfeld, auch eine große Unterstützung, die du jetzt gerade brauchst. Also ich bin bereit, ich hoffe du auch.